Hallo Leute und herzlich Willkommen zum Play Gemini Rue. Nach dem echt hervorragenden Tour de Moon, was ich jetzt durchgespielt habe, habe ich vergessen. Und den beiden auch ziemlich guten Black World Teil 1 und 2. Also Letcher Seen anbauen. Kommt jetzt Gemini Rue. Danach komme ich noch die Black World 1 und 2 dran. Gut, also Tour de Moon hat mich echt überrascht, das war richtig gut. Und das ist eigentlich so ein Japaner Ding im Zelda Style, was eigentlich letztlich nicht so meins war. Hier, habe mich begeistert. War ganz hingerissen. Und jetzt bin wir Gemini Rue. Wie ihr seht, ist auch wieder auf Englisch. Aber passt schon. Jetzt geht's los und ich bin wieder still wie immer. Subjekt ist Stable. Proceed to Memory Wipe in T-minus 60 seconds. Ich verstehe nicht warum wir ihn einfach nicht leiden lassen können. Es gibt keinen Grund, warum er den Memori anbauen lassen. Es gibt keine Grund, warum er den Memori anbauen lassen. Er hat seine Erhöhung in den Erhöhung nicht in den Erhöhung, nicht Memory Banks. Sie können Sie nicht auch die Erhöhung nicht in den Erhöhung? Dann werde ich ihn wiederholfen lassen. Als ich sagte, wenn sie versuchen, wiederholen sie wieder zu versuchen, werden sie ein paar Erhöhung zu helfen. Wenn sie wieder versuchen, nicht sie zu töten. Sie war nicht supposed zu sterben. Was ist passiert. Seine Sprechung wird sich in Ordnung. Okay, hier geht's. Los geht's! Oh dear. What are we supposed to do if he's conscious? It doesn't matter. It'll only be a second. No closer. AHHHHH! Vitals are stable. Is he okay? Assuming you both did your jobs correctly for once. He's fine. Delta-6, you're in our hands now. I'm okay. I'm okay. Okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Ich bin hier bei jetzt. Menschen verändern in fünf Jahren. Er ist nicht mit der Borreokuden, ich habe gesagt. Wir sind bereits eine Stunde lang. Ich kann nicht in Orbit bleiben unnoticed für immer. Was wollen Sie ihn? Find ihn. Get eine neue Extraction-Pointer. Wir werden hier raus. All right. Ich werde versuchen durch die Stadt zu schauen. Ich werde wahrscheinlich fragen zu einem der Lokal. Er muss alle Zeit. All right. Noch eine Stunde. Ich werde warten. Nazriel. Matthias Howard. Und ich. So, und dann leise machen wir richtig laut. Gibt es ja nicht. Okay. Was ist das hier? Ah. Ah, okay. Okay. Matthias Howard. Oh. Hallo. ok dann mach es einfach auf right click an inventory item to look at it ah ok from inventory good i mhm mhm looking for work space is available at the mines visit your local recruitment office for info starting salary 2400 an hour petty propaganda mhm no parking probably homeless hey 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 you're not gonna have any luck with this either they're totally spaced out from the juice withdrawal or they're too weak to talk okay must be desperate for money to be out on a day like this in a city like this in a galaxy like this can show them hey hi hi there what are you doing out in the rain you could catch pneumonia don't you know you should be indoors it's a mining day what's what's with the beggar just another juice addict suffering from the low supply mhm i'm looking for someone okay 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 Ich weiß nicht, wo zu gehen. Ich bin besser auf... Wenn ich ein Telefon benutze, kann ich meinen Kommunikator benutzen. Was hat er jetzt gesagt? Ich muss in so ein Terminal gucken oder was? So ein Planetary Terminal, yeah. So eins wie das hier. So ein Computer. Der Regen muss mit dem Terminal interferieren. Die Schreie ist alles statisch. Vielleicht ein bisschen Kickstart würde es gut machen. Input. Da geht die Stattik. Für jetzt, zumindest. Hm. Hm, ich hab das... Ich weiß nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, ob mein Inventory... Wo ist denn das? Muss das Inventory sein? Oh, ich hab ne Knarre dabei. Kacke. Aber da gab's ja nichts. Muss der mir helfen? Ja. Du hast deinen Mann? Nein. Ich brauche eine Karte, um es zu accessen. Du bist aus dem Offworld oder so? Ja. Polizisten. Wir mussten überprüfen das Docking-Ring. Du bist nicht aus diesem System, bist du? Ja. Ich werde dich nicht informieren. Dinge sind schlecht seit der Krieg. Wir brauchen irgendwelche Hilfe wir können. Wir brauchen irgendwelche Hilfe wir können. Wir brauchen Dinge zu machen. Ich würde gerne helfen gegen die Boryokuren in any way ich kann. Ich denke, du kannst mir meine Karte kaufen, wenn du wirklich brauchst. Danke. Ich mag es. Okay. 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 Dann stecken wir das mal rein. Boryokuren in an inventory. Pressing C. Matthias Howard. Matthias Howard. Muss ich klicken. Matthias Howard. Ist gut. Ist gut. Gut. Ist noch besser. Wo hat das hingetan? Und jetzt? Hibiskus Highrise. Okay. Ich glaube, das wäre es mal. Hier ist das Stück 7. Denke ich auch. Danke. Ich bin froh, dass ich mich auf Hilfe bin. Was ist das? Brookview Avenue. Okay.